Ich konnte nicht mal mehr die Angel hochholen, geschweige mich dann überhaupt richtig bewegen oder eine Tasche tragen. Und das ist irgendwo schon schlimm, wenn man das nicht mehr schafft. Ich habe es weggesteckt, weil ich das einfach nicht glauben wollte und ich habe immer gesagt, ich bin gesund. Er ist eigentlich zu einem Zeitpunkt gekommen, wo er wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen verstorben wäre. Weil selbst mit maximaler Unterstützung durch Infusionsmedikamente war es nicht mehr im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, war es eine Lebensrettung. Das Besondere bei ihm war, dass letztendlich nicht nur die linke Herzhälfte schwerst erkrankt war, sondern auch die rechte Herzhälfte durch die vielen Herzinfarkte, die er durchlitten hatte und die lange Zeit, die er schon herzkrank war, so abgeschwächt war, dass die Rechtsherzfunktion auch nicht mehr ausreichte. Das heißt, wir mussten ihn tatsächlich dann an zwei Seiten mit einem Unterstützungssystem versorgen. Das heißt, einem Linksherzunterstützungssystem und einem Rechtsherzunterstützungssystem. Mit diesen beiden Systemen konnten wir ihn erstmal versorgen. Das Rechtsherzsystem ist dann eines, was über zwei Wochen läuft, was schrittweise in der Unterstützung zurückgenommen wird. Das heißt, wir haben ihn zwei Wochen von beiden Herzkammern unterstützt und haben am Ende nach zwei Wochen das rechte Herz wieder entfernen können. Ich habe in der Reha dann mit einem Rollator die ersten anderthalb Wochen gemacht und jetzt bin ich eigentlich der Meinung, ich bin wieder auf dem Weg, dass ich wieder richtig Kraft kriege und Kraft habe und längere Ausdauer mit der Atmung. Ohne diese Technik wäre ich jetzt wahrscheinlich drei Fuß unter der Erde und das ist enorm, was die Medizin macht. Die Technologie hat sich so weit entwickelt, dass diese Pumpen eben für unsere Patienten ein normales Teilnehmen im Alltag möglich machen und vor allen Dingen ohne, dass es jemandem auffällt. Sie sehen sie nicht, sie hören sie nicht. Lediglich der Patient hat ein kleines Täschchen, was er unter seiner Jacke trägt oder auch in einem Rucksack völlig unscheinbar. Der letzte Wunsch, den wir so haben für die Zukunft ist, dass alles das, was außerhalb des Patienten ist, nach innen verlegt werden kann, heißt wir eigentlich einen Zustand erreichen wie bei einer Herztransplantation, nur dass es eben ein Kunstherz ist. Wäre so der Wunsch und das ist in greifbare Nähe gerückt.